Ein fluschiges Hallöchen Leute, ich bin's wieder, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Infovideo. Ja, es ist mal wieder Zeit, euch was Neues zu informieren und ja, das ist jetzt, ja, es sollte ein kurzes Infovideo sein. Ja, ich wollte euch informieren, hab ich vielleicht ein Projekt wieder auferstehen, dass ich Kanalvorstellungen wieder auferstehen lasse, weil, ja, ich hab's natürlich, äh, eigentlich, wie soll ich sagen, beendet, aber ich bin doch jetzt halt am überlegen, ob das wieder halt weitergehen wird und ja, ich hab ja die ganzen Kanalvorstellungen halt, ähm, privat. Und ja, wie ihr schon seht, bin ich bis Part 10 gekommen, also, ja, hab halt nur 10 Leute vorgestellt und ja, es war eigentlich aber nicht so eine Vorstellung, sondern auch so eine Promotion gewesen. Und ja, so halt, es war jetzt so verschieden halt und ja, Leute, also ich würde ja gerne von euch wissen, ob ich mit Kanalvorstellungen weitermachen, ich weiß gar nicht, mache oder ja, ähm, schreibt es mir einfach unten in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt, dass ich halt mit Kanalvorstellungen weitermachen werde. Und ja, und ja, diese Bewerbungsformular und wenn ihr halt Bock habt, so eine Kanalvorstellung haben wollt und ja, also schreibt es mir einfach unten in den Kommentaren, wenn ihr das Projekt haben wollt. Und das war's dann mit dem Infovideo. Ja, ich freue mich natürlich auf jeden Kommentar und ja, ciao! Ja, ich freue mich natürlich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich.